Schafft sofort jemanden zum westlichen Turbolaser. Granate auf den Weg! Westlicher Turbolaser zerstört. Nur noch einer übrig und dann stoßen die imperialen Truppen vor. Ziel markiert! Das sind Loda! Hier ist gut, Loda! Spezialagent der Rebellen trifft ein! Sie haben Sprengsätze am östlichen Turbolaser platziert. Granate! Kauter und läuft! Zusammen bleiben! Noch ein Versuch! Rettet den östlichen Turbolaser! Wir haben den äußeren Verteidigungsbereich verloren, aber wir hätten ihn ohnehin nicht halten können. Wir haben Basis 1 Zeit verschafft und das schaffen wir doch mal! Rückzug! Wir halten hier durch solange wir können! Sammelt euch am Lager unter Turbolasersteuerung! Wenn wir uns wieder zurückbringen, müssen wir um die Basis selbst kämpfen! Bereit! Ich werde euch die dunkle Seite zeigen! Achtung! Granate! Imperialer Kommandeur trifft ein! Sie sind durchgebrochen! Sie sind im Lager! Wenn das so weitergeht, müssen wir das Lager verlassen! Wo war Fett zu meinem Dienst? Jemand kämpft an der Seite der Imperialen Einheiten und er ist gut! Es war ein bisschen Zeit, dass ich gerufen werde! Wir verlieren die Turbolaser! Weitersteuerung! Han Solo! Ich bin der Kapitän des Melendungsheils! Gerade ist eine Meldung gekommen! Einer unserer Agenten ist hier, um zu helfen! Ihr kennt die Macht der dunklen Seite nicht! Gibt's hier was zu tun? Neuer Fall ist im Einsatzgebiet. Identifizierung nicht möglich. Imperiale Truppen in der Turbolasersteuerung. Rüber da und vertreibt sie. Rüber da und vertreibt sie. Rüber da und vertreibt sie. Wir haben unsere Freigaben. Das Imperium kann Javin haben. Es ist nichts wertvolles mehr da. Wir stoßen in einer neuen Basis zu unseren Kameraden. Die Leute sind ihr in der Zeit. Die Leute sind im Einsatzgebiet. коhen. Das ist nicht gefährlich. Da kann man sie sich nicht mehr schütteln.